Was geht, Freunde? Euer Lieblingssohn Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und heute werde ich zum vollen Exodia. Viel Spaß beim Schauen. So, Freunde, dementsprechend, Snoopy hat mir geschrieben, wir sollen uns beim Alpha-Tower treffen. Ich soll ihnen helfen, sein Schweinchen wiederzukriegen. Das werde ich machen, das werde ich machen, machen werde ich das. Aber nur mit der Ruhe. Wir werden das alles erstmal chronologisch vorgehen. Und ihr wisst ja, wir müssen das ein bisschen schlauer angehen als sonst. Nicht immer so hirnlos. War bis hier alles voll mit Alpha-Klan-Banner. Das gehört doch hier gar nicht hin. Wer macht das denn hier gerade? Aber ich finde es besser, Freunde. Und ich finde, ich muss mich auch mal an der Stelle ganz kurz bedanken an eure Unterstützung, dass ihr immer die Videos super liked und dass so viele neue Abonnenten dazukommen. Vielen lieben Dank. Und Snoopy ist da. Ey, was geht? Snoopy, ich soll dir helfen, ein Schweinchen zu kriegen, weil ich die klare Sicht auf die Dinge habe. Ich kann das verstehen. Ja, Kiro. Ich sage dir ehrlich, ich will mein Schweinchen wiederbekommen. Aber Shatterwatt hat gesagt, ich muss mein Schweinchen dir geben. Aber wie soll ich das allgemein machen? Ich verstehe es nicht. Ja, siehst du, was ich in der Hand habe? Das ist Beulis Axt. Das ist nämlich bei Unheil 5 passiert, beziehungsweise vor Unheil 5. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Aber ich bin ja dadurch noch nicht in dem vollständigen Exodia-Zustand. Ich habe beide Hüder, ich habe den Furz, ich habe die Axt. Aber was mir fehlt, ist dein Schwein. Um vollendet Exodia zu werden. Alter, Exodia, wenn du der wirst, ich glaube, dann bist du der Stärkste. Bist du ja schon. Natürlich, ich habe Tobi umgebracht. Du hast Tobi umgebracht? Ja. Was, Tobi? Ich habe sehr vielen bei Unheil 5 Totems gezogen und ich habe Tobi final getötet. Alter, das ist krass. Ich sage dir ehrlich, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kriege ich mein Schwein am Ende wieder? Nach dem ganzen Eilen hier? Ich habe jeden von euch versprochen, dass ihr alles wiederbekommt. Aber ich bin einfach nur gespannt, was passiert, wenn ich Exodia eben werde. Vielleicht steige ich auf zu einer höheren Bewusstseinsform. Oder vielleicht ist es einfach wirklich die ultimative Waffe für Shuttower zu werden. Das weiß ich alles noch nicht. Und das muss ich herausfinden. Und du bist der letzte Teil. Du bist das letzte Schlüsselobjekt, was mir fehlt. Kiro, ich sage dir ehrlich, wir werden das schaffen. Ja. Aber die Frage ist erstmal, wo müssen wir hin, um Schweinchen oder eher gesagt mein Horn wiederzubekommen? Wo müssen wir dafür hin? Hm, ich glaube, wir sollten zuerst mit Shuttower ein Gespräch führen. Vielleicht kann er uns leiten und lenken. Vielleicht gibt er uns hilfreiche Tipps. Hilfreiche Tipps. Also, das wäre sehr geil, weil ich möchte Schweinchen wieder. Ich habe ihn schon seit anderthalb Wochen ungefähr nicht. Und du weißt, was das für ein Krampf ist. Ich glaube, dein Rätsel habe ich noch gar nicht gelesen. Ich kann spüren, dass du ein Buch bekommen hast. Kannst du es mir geben? Ach, Kiro, du willst es haben. Ich muss es einmal gelesen haben, zumindest auch für die Zuschauer, dass sie es wissen. Lies es dir durch. Ah, okay. Deine Kraft ist entfacht, doch etwas fehlt allerdings. Ein Teil der Familie, den du hast, verfehlt. Verloren hast du ihn, doch er kommt zurück. Wenn du verstehst, hältst Versuchung im Blick. Widerstehe der Sonne, trotze ihrem Glanz. Dann wirst du finden den richtigen Kranz. Opfere das Wichtigste, was du besitzt. Erleuchtung naht, wenn du es nicht verschwitzt. So wirst du finden, was du wirklich suchst. In der Tiefe deiner Seele, wo du dich versuchst. Das sind sehr interessante Reime. Ein Funke der Hoffnung. Ein Strahl der Macht. Am Ende des Weges wird alles vollbracht. Das ist sehr schön geschrieben von Shatawa, auch wenn es so viele Doppelreime gibt. Aber das ist ja jetzt nicht die Sache. Wir können jetzt mit Shatawa reden und fragen, wie er das meint, was du opfern musst. Also ich habe ja nochmal mit ihm geredet, Kyo. Ich habe ja nochmal mit ihm geredet gehabt und er hat gesagt, ich soll mein Schweinchen opfern. Und ich weiß nicht, wie... Was soll dein Schweinchen opfern? Also nicht mein Schweinchen. Und halt ihn weitergeben an dich. So war das, glaube ich, eher gemeint. Und er hat mir keine Tipps gegeben. Keinerlei Tipps, wie ich Schweinchen bekommen könnte wieder. Weil er wusste, ich habe ihn nicht mehr. Und ja, sonst lasst wirklich mit Shatawa reden. Und deswegen müssen wir mit ihm quatschen. Da hast du recht, richtig. Deswegen lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Wir gehen jetzt Richtung Shatawa. Okay, Freunde, das klingt doch eigentlich richtig gut. Was sagt ihr dazu? Ich kann jetzt potenziell, wenn uns Shatawa die Möglichkeit gibt und uns die Lösung gibt, dann werde ich einfach hier und jetzt vollständig zum... Beim heutigen Tag, wie ich hier gerade fliege, einfach zum vollständigen Exodia besitze alle vier Items. Und ich selber. Das macht fünf Teile der Stärke. Das macht fünf Teile für Exodia. Oh, ich bin so aufgeregt, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber das ist gut, das ist gut. Und hier sind wir jetzt einfach bei Shatawa. Alter, wir sind schon da. Warte mal, ich kann jetzt einfach den Move machen wie Beule immer. Wuuu. Boom. Boah, ich auch. Boah, Alter. Du hast Beule-Seite nicht. Es sieht so wunderschön aus hier. Und ich frage mich gerade, ob er irgendwie ansatzweise... Hallo. Hallo. Ja, ich finde es auch sehr schön, dich zu sehen, Shatawa. Ihr könnt ihn doch gar nicht sehen. Ich will ihn aber endlich sehen. Ja, richtig. Shatawa, wir sind gekommen, um zu fragen, wie wir Snoopy sein Schwein zurückbekommen. Er muss etwas opfern. Aber gibt es dafür einen Ort? Gibt es irgendwas, was wir machen können? Wir brauchen einen bestimmten Ort, dafür das verstehe ich. Ja, das verstehst du. Wir brauchen dich solch einem Ort vorbereitet. So du, Snoopy, was dir wichtigste auf der Insel opfern kannst. Ja, ja. Okay, interessant, interessant. Was ist aber das Wichtigste für dich, Snoopy? Das müssen wir auch noch klären. Was ist das Wichtigste? Soll ich dir sagen? Ja, erzähl. Soll ich dir sagen, dir, mein Wichtigste ist meine Rüstung. Ohne meine Rüstung. Kann ich nicht überleben. Ohne meine Rüstung kann ich sterben. Ohne meine Rüstung bin ich weg. Deswegen ist das Wichtigste für dich meine Rüstung. Das heißt, okay, das heißt, du möchtest eine vollständige Rüstung opfern. Hast du dann aber noch eine Ersatzrüstung oder so? Gibt es da einfach was? Ja, ich habe ganz viele noch. Ich habe ja ganz viele für geklaut. Oh, sehr gut. Sehr gut, okay. Also, das heißt, ein Ort der Opferung brauchen wir. Aber wo ist dieser Ort, Shatawa? Wo ist der? Genau, Shatawa. Wo müssen wir hin? Was? Und ihr müsst in das Negative gehen. Ins Negative? Moment. Moment, warte mal. Wir sind ja hier der Koordinate 666, aber im Positiven. Meint er etwa damit minus 666? Ich weiß nicht, also nicht hier in dieser Welt. Moment. In dieser Dimension, sag ich mal, oder? Nein, 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 nein. In der anderen Dimension im Nether ist der Ritualsort für Shatawa. Das bedeutet, ich glaube mal, wenn ich der Theorie Glauben schenke, dann ist hier Theorie 2 auf minus 666. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Versuchen wir es, versuchen wir es. Ich will mindestens noch einmal diesen Horn spüren von Schweinchen, einmal noch. Mal schauen, ob wir das hinbekommen, Snoopy. Wir werden das schaffen. Ich habe die Aufgabe hinbekommen von Shatawa, euch eins zu helfen wegen euren Aufgaben. Und hier geht's ab. So, Orientierung. Okay. Snoopy, bist du da? Hier lang geht's. Einfach nur geradeaus. Okay, Freunde. Ich bin jetzt mega gespannt. Gibt es da irgendwas, was wir erwarten können? Oder gibt es dort wirklich irgendein Ritualsort? Irgendwas in diese Richtung? Ich bin gerade nicht so gespannt, ob ich wirklich heute Exodia werden kann. Vollständiges Exodia-Erlebnis. Wie krass wäre das denn? Das... Oh mein Gott. Das würde so viele Toren und Türen öffnen für mich einfach. Weil dann wäre ich wirklich die mächtigste, untötbarste Instanz auf dieser Insel. Versteht ihr das? Und vielleicht kann ich dadurch auch einiges noch mächtiger machen. Die Höllenkrieger-Jungs kriegen natürlich ihre Sachen auch wieder zurück. Keinesfalls werde ich dort enttäuschen. Das wird mir gar nicht in den Sinne kommen. Und wir sind gleich da. Theorie 2. Ich bin so... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Haben wir es gefunden? Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist es. Kann man hier abbauen? Ich will hier nichts abbauen. Warte mal. Warte, warte. Wir können hier hoch. Wir können hier hoch. Komm her. Okay, du kannst auch so. Ja. Wir sind da. Oh. Es ist definitiv von Shutower. Oh. Alter. Wie so krass aus. Und ich glaube, dieser Lava... Oh, da ist ein Hühnchen wohl verbrannt. Ich glaube, bei diesem Lava-See wissen wir, was zu tun ist. Nein. Warte mal, gibt es hier noch... Oh mein Gott. Wie schön ist das hier, Shutower? Du hast hier wirklich was ganz Schönes gemacht. Aua, aua. In mir die Lava gefallen. Wie sauer, du bist ein Hühnchenkrieger. Reiß dich zusammen. Ja, okay. Feuer ist gut. Lava ist gut. Ja, stimmt. Bro, aber seit wann existiert das hier? Das muss neu sein. Weil hier ist die alte Creeper-Farm. Guck mal. Das muss komplett neu sein. Vielleicht hat er es gerade hingemacht oder hingetan. Ich weiß nicht, wie man es bei ihm gibt. Hier sind auch die Ketten vom Höllenloch. Alter. Ey, ich sag ehrlich. Wahnsinn. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin gespannt, ob ich dann meinen Horn kurz wieder bekomme oder wie das sein wird. Ich muss dann ja das Horn dir geben und dann kriegst du Schweinchen endgültig. Ja, ich werde jetzt zum vollständigen Exodia. Ich freue mich schon so sehr. Ja. Kiro, sag ehrlich. Was sagst du? Ja, du sollst es tun. Ich bin bei dir. Ich begleite dich auf diesem steinigen Weg. Ich mache es einfach von hier oben und werfe meine Sachen rein, Kiro. Das ist sehr dramatisch, aber dann mach das so. Ja, ich... Nicht, dass du danach in die Lava fällst und stirbst. Nee, oh. Ja, okay, dann mache ich es doch lieber hier unten. Kiro, ich will einmal noch das Horn von Schweinchen spüren. Einmal. Einmal. Einmal Schweinchen sehen. Einmal. Kiro. Ja. Du es, okay? Ich schaue dir zu. Ich schaue dir zu. Du es. Du es. Zwei. Eins. Oh mein Gott. Ich habe es aufgesappelt. Nee. Es ist... Oh mein Gott. Die Rüstung ist weg. Ich habe... Die Rüstung ist weg. Nein. Es ist wirklich das richtige Horn. Blass rein, blass rein, blass rein. Warte. Warte mal, warte mal. Was ist los? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Warte. Was ist los? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sumi, was ist denn? Hörst du? Ja. Hörst du das? Ich höre es. Warte, kannst du es nicht nutzen? Nein. Ich kann es nicht nutzen. Warte mal. Warum kann ich Schweinchen's Ruf nicht nutzen? Ist das etwa die Vorbestimmung? Ist das die Vorbestimmung? Was heißt? Warte mal. Wenn ich dir das vorgebe... Wir müssen zum Höllenloch und etwas versuchen. Zum Höllenloch? Okay. Zum Höllenloch? Okay. Okay. Folg mir, folg mir. Wir müssen in... Okay, ich folge dir. Wir müssen in... Die Richtung, glaube ich. Los geht's. Es ist so weit, Freunde. Wenn das klappt, was ich denke, dass ich einfach wirklich sein Horn benutzen kann. Wenn bei mir dann das Schwein kommt, dann ist es eindeutig. Dann ist es eindeutig, dass diese Superkraft, dass es einfach für mich vorbestimmt war. Dass Exodia, der Zustand Exodia für mich vorbestimmt war. Freunde, versteht ihr das? So, wir sind jetzt wieder beim Höllenloch. Beim Höllenloch? Wir sind da. Wir müssen aufpassen. Ich kann hier ganz einfach sterben, Kiro. Ich weiß, du musst vorsichtig sein. Ich muss nicht vorsichtig sein. Hast du Tote? Ja. Ich hab ganz viele Totes. Okay. Ich fliege da mal runter. Wuii. Oh, oh, oh. Ja, siehst du? Aber warte, wir machen nochmal dramatisch. Du hast die Ehre, den Schalter umzulegen. Wow. Wow, voll krass. Oh, oh, oh. Okay. Mein Schweiß ist mir so wichtig, weißt du? Ich verstehe das. Ich verstehe das. Und hier sind auch Allies. Allies? Wofür? Damit du das Horn gleich in sein Inventar legen kannst und dass ich es wieder rausnehmen kann. Warum? So funktioniert das. Und dann kriegst du das? Dann kriege ich dein Horn. Was ist denn das, wenn ich will? Aber es ist die Aufgabe. Es ist Shutterbats Aufgabe. Aber, okay. Soll ich es tun? Kannst du es dann einfach nehmen? Nein, lass es zu einem anderen. Ich habe Angst, dass er wegfliegt. Komm mit. Es gibt nämlich noch genug Allies. Es gibt hier nämlich einen sehr schönen Raum, den Shutterbats vorbereitet hat. Und zwar hier drin. Das Einzige, was mich verwirrt, ist das, was hier auf dem Boden projiziert. Das sieht ein bisschen aus wie eine Sonne, finde ich. Bestimmt. Ja, warte mal. Es ist wirklich aus wie eine Sonne. Egal. Hier, dann such dir einen Ally aus. Ene Miene Miste krabbelt in der... Okay, ich habe den hier. Und? Ich habe es. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ich bin... Ich spüre gerade plötzlich so eine uneindringliche Kraft. Hä? Bisschen weh. Ich glaube... Hat das geklappt? Einzige hier? Wir müssen gleich mal nach draußen. Ich glaube, hier drin funktioniert das bloß nicht. Hä? Ey, ich habe das Buch nicht mehr. Hä? Die Aufgabe ist erfüllt. Die Aufgabe ist erfüllt, Sophie. Ja. Also wer kann es jetzt werden nochmal? Ich bin jetzt volles Exodia, wenn dein Item richtig ist. nicht funktioniert. Das ist so krass. Ich sage dir ehrlich. Alter, ich... Wir gehen einmal nach draußen. Komm mit. Okay, Snoopy. Bist du bereit, das zu testen? Ich bin bereit. Test es, Kiro. Bin ich nun vollständig Exodia oder nicht? Das finden wir jetzt heraus. Ich spüre auf jeden Fall so eine extreme Kraft. Ich weiß nicht, Snoopy. Ich habe sowas noch nie gespürt. in meinem ganzen Leben. Ich spüre dich auch irgendwie. Ich spüre, dass du stärker geworden bist. Lass uns nicht mehr länger warten und das herausfinden. Drei. Zwei. Eins. Schwein. Und ich kann es sogar reiten. Aber ich kann es sogar reiten. Aber ich kann es nicht mehr benutzen. Ich bin Exodia. Aber ich kann es nicht mehr benutzen. Das heißt, es ist jetzt komplett dein Schweinchen. Es ist in meinem Besitz. Hast du recht. Schweinchen, es war eine gute Zeit mit dir. Okay? Es war eine gute Zeit mit dir. Aber irgendwann... Du kriegst du das schon wieder zurück. Keine Sorge. Aber zuerst muss Großes vollbracht werden. Ich habe den Furz. Ich kann den Furz benutzen und damit einfach Leuten hinterher rennen. Ich kann alles machen. Ich bin die stärkste Instanz auf dieser Insel. Glaubst du sogar, dass Mira vielleicht gar keine Chance mehr gegen mich hätte? Ich glaube, Mira hat gar keine Chance. Ich will sie nicht in Frage stellen, weil sie ist der Admin, aber... Ich stelle sie da in Frage. Das wäre sehr interessant herauszufinden, ob das die Tatsache betrifft. Okay. Snoopy. Du bist Exodia. Du bist also der Stärkste. Oder war es ja auch davor. Aber jetzt bist du noch stärker. Und ich glaube, jetzt ist es vorbei für die anderen. Oder was sagst du? Es ist komplett vorbei. Wir haben alle Kraft gebündelt. Es hat zwar lange gebraucht. Es hat sehr lange gebraucht. Es hat angefangen mit Steinchen Furz. Dann habe ich Poilis Axt bekommen. Und nun haben wir zusammen dein Rätsel gelöst, das dir Shataba auferlegt hat. Und wir haben dein Schwein zurückgeholt. Und wir können es für größere Zwecke nutzen. Guck mal, da unten sind schon Testobjekte. Testobjekte. Ich renne da hin. Ich renne da hin. Und los geht's. Warte mal, die kriegen davon keinen Schaden. Auf sich, Weizen. Und die Hühner. Ich bin Exodia. Ich bin nicht aufzuhalten. Hast du das gerade gesehen? Ich habe es gesehen. Hiro, Alter. Du bist so stark. Du bist so stark. Weißt du, hier ist eine Karotte für dich. Eine Karotte. Hier ist ein Banner für dich. Oh, danke schön. Weißt du was? Ja, was denn? Was ich jetzt mache? Erzähl es mir. Oh, was für ein Schild ich jetzt habe. Oh, das sieht schön aus. Ja. So, Senior Schweinchen. Einmal bitte weg. Das könnt ihr richtig krasse Sachen machen. So, du kannst jetzt ganz schnell laufen. Und dies. Und das. Aber ich will Schweinchen wieder. Verstanden? Schweinchen ist meiner. Meine Familie. Ich habe es euch versprochen. Und meine Versprechen sind heilig. Ja, nicht, dass du verrückt wirst oder so. Und dann irgendwie kacke machen. Verrückt. Ich sehe alles klarer. Die Mission Exodia ist jetzt im vollen Gange. Wir können jetzt Dinge erreichen, die wir davor als unerreichbar hielten. Alter. Sag dir ehrlich. Weißt du, was du machen musst? Du musst Juh killen. Juh musst du killen. Ja. Genau. Ja. Seine Seele muss ich auch noch holen. Ah. Seine Items sind mir egal. Sie sind mir sowas von egal. Ich würde die nehmen dann, die Items. Ich brauche nur Arbeitshose. Mehr will ich nicht. Oh. Okay, dann. Also, weil er hat vielleicht, er hat mich ja letztens gekillt. Oder ich bin gestorben. Das waren meine Items weg. Mann, das macht mich aber ein bisschen traurig. Weißt du, dass Schweinchen jetzt auch nur für diese kurze Zeit weg ist. Aber weg ist. Ja. Du wirst ihn wiederbekommen. Vertrau mir. Du wirst schon bald wieder dein Schwein bereiten. Jeder von euch kriegt wieder die Fähigkeit. Oh, das ist sehr gut. Nun ist die Zeit für Exodia gekommen. Ahahahahahahahahahahahahaha.